Moin oder was? Moin oder was? Moin. Pfefferspray. Und mit Pfefferspray geht es jetzt rein in unsere Unterkunft das Zelt. Mal schauen, wer länger drin bleibt. Mal schauen, wem die Augen als erstes jucken. Ich würde sagen, rein in das Zelt. Pfefferspray in den Augen. Spaß los. Pfefferspray. Das knallharte Pfefferspray zum Schutz vor Angriffen enthält 11% natürliches Hochgradig, aggressives Pfefferkonzentrat. Und gekauft haben wir das Ganze, weil wir Angst vor Bären hier in der polnischen Wildnis hatten. Erste Nacht haben wir keinen gesehen. Das heißt, wir können das für uns nicht. Hier gibt es keine. Hier gibt es keine Bären. Litauen, Lettland auch nicht. Pfefferspray, K.O. Fock. Hotbox. Guten Morgen. Geben. Haha. Dänts geteilt Oh mein Auge! Das ist so viel. Oh! Digga, ihr habt's überall. Sogar ich fick da dir grad ab. Aber Digga, die ganze Decke ist voll mit dem Zeug. Da geht nie wieder jemand rein. War aber schon ziemlich lustig eigentlich. Augen ist nicht so schlimm, aber doch hätte man das länger ins Gesicht gek... Boah, also Nase ist... Nase und Rache. Also deine Rausstürmaktion war wirklich film, Ralf. Kannst du nicht mehr in die Nähe gehen von dem Ding? Ich würd sagen, ich nehm euch mal mit da rein, damit ihr seht wie die Decke aussieht. Scheiße! Digga! So und das Beste daran ist, dass die beiden Experten da heute Abend noch drin schlafen dürfen. Ich bin nie wieder drin. Dann fack ich heute noch ab. Dann wird weggeworfen. Alter, langs. So, die Augen und Schleimhäuter haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Für uns geht das jetzt rein in die polnische Ostsee. Ein bisschen abkühlen, waschen und dann geht weiter mit dem Ätnis. Wir nehmen euch mit. Bis später. So, wir sind jetzt hier beim Spot in Danzig angekommen und haben auch direkt eine Challenge gespottet. Und zwar laufen wir hier hoch. Gainer zur Seite runter. Wall tap. Und dann irgendwie noch einen Twist reinbringen. Und ich probier das jetzt nochmal. Let's go! Try after try. Alter Lachs. Junge. Ach du Scheiße. Junge. Das war so nah. Alter, richtig sick. Alter, ich hab den Luftzug gespürt. Ja, nein. Ja, nein. Nee, aber ich hab den Scoot voll raus gemacht. Ja, das war so. Na ja, das war so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alter, Lachs. Oh Gott! Alter! Ah, was? Mann! Ja! Endlich, Alter! Let's go! Ich kann zufrieden sein. Es geht immer besser, aber man muss auch mal eine Schluss... wie sagt man? Schlussstrich setzen. Wie man so hier so sagen. Junge, mieser Run. Okay, okay. Lazy runter. Okay, und das war's. Ja, ja. Ah, fast. Weißt du, wie ich mein? Okay, wir haben hier einen treuen Fan gefunden. Ich kann nicht nur deinen Steakarm. Nein. YouTube und Instagram. Instagram. Facebook? Ja, Facebook. Facebook, ja. Ja! Ja, komm rein. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Banging that. Yeah, come on! So, we are now at the next spot, we did a little bit. Ivo was kicked out of the tree. Etta tried a concrete that didn't work. Dwayne did a couple lines. I think that's it. But now we are going to the next spot. So, we are at the last center of Dante. We found a small spot. A nice gap for the front flip. And then here, a really cool jump against the wall. In such a punch bag. However, the landing zone is a little bit fucked. Because here is Wiese, there is a big wall. But, the spot is cool. Because we have all sand, with which we should prepare it all. And then it should not be a problem. And of course, we will do the sand again. What do you think about the punch bag? It should be right. But I don't know if this wall is stable. No, it isn't. And one more? That's a lot of fun. I don't know. I don't know. I think I'll just try to jump against it. And see how stable that thing is. And if the punch bag is still in it. For me, it's too far. I press both fingers so that the wall holds. And then it will work. That can also work. Oh, it's safe. Is it safe? Yeah, it is. I felt that so thin that it's been pulled out. I'd think I realized that a bit more punch bag. Yes, safe. A bit more back. Try to get it out. If you get it out, do it not. If you get it out, then it does it. Also Jan hat jetzt versucht die Wand kaputt zu kriegen, hat er nicht geschafft, das heißt er hält soweit. Ich kann euch eins sagen, ich weiß, wer richtig Bock hat sich das anzuschauen. Hallo, ich bin's, und ich hab in der Tat richtig Bock. So, die Regie hat mir gerade mitgeteilt, dass Jan den Frontflip vor dem Punchback noch machen wird. Also von dem Dach runter, hier auf dem Boden, ja, den preppt er jetzt mal, let's go. Okay, der preppt ihn doch nicht, mach direkt, weiß er. Komm, 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 komm! Okay, facken hell, Alter. Digger, ich krieg null Anlauf, es ist so gruselig, ich hab null Anlauf in Zeit. Ja, den hätt ich eigentlich geschafft. Den hätt's so geschafft. Noch ein Versuch. Eier in die Hand und sendet. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei, dann nehm ich ihn beim Wort. Die sind schon ziemlich ernst gerade. Also, wir lassen Jan sich mal kurz ein bisschen ausruhen. Und dann sagt er uns, ob er machen wird oder nicht. Was sagst du, Jaspek? Also, ich glaube, er wird noch mal machen. Aber, das ist schon hart. Also, der Frontflip ist ja auch großer Impact. Den jedes Mal wieder aufs Neue zu machen, mit der Angst vor der Security da. Scheiße. Dann haben wir ganz vergessen zu erwähnen, wir werden hier die ganze von so einem Security-Typen beobachtet und müssen immer dann aufs Dach gehen, wenn der gerade in mich guckt. Der sitzt irgendwo hinter den Büschen in so einem Container, wird man auf der GoPro wahrscheinlich 0,000 Prozent sehen. Ich seh da nicht mal in echt gerade. Ja, ja, aber da hinten irgendwo sitzt er auf jeden Fall, deswegen müssen wir aufpassen. Jan fokussiert sich noch mal ein bisschen und hoffentlich sehen wir gleich den Clip. Ja, ich bin ne Bitch. Ich bin ne F***ing Bitch. Ja, so weit ist er, glaube ich, noch nie gekommen. Also, Jan ist richtig sauber, der hat hier gerade fast ne Laterne rumgetreten und die ist aufs Beton. Also, die tritt man nicht mal eben um. Alter, so sauber hab ich nicht selten erlebt. Das ist schon hart. Also, normalerweise ist Jan's Level immer so bei sauer, dass er einfach aufhört, um nur zu reden. Also, einfach weggehen und ziemlich angepistet. Aber jetzt gerade hat er halt noch Selbstverletzungen dazu genommen und Sachbeschädigungen. Also, anscheinend hat er jetzt richtig Bock. Und lustige Sprüche klemmen bei uns dann auch, glaube ich, jetzt. Ja. Uff. Also, ich kann das jetzt natürlich nicht aus Jan's sich beschreiben, aber ich glaube, er hat den ganzen Tag, waren wir an so ganz komischen Sports, habt ihr ja gerade gesehen, das waren eher so Flow-Dinge. Und jetzt hat er das gefunden, was er den ganzen Tag wollte, ein Cent. Und der Cent funktioniert jetzt leider nicht. Und ich glaube, das ist sehr frustrierend gerade. Also, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein Statement von Jan. Oder er bringt uns alle um. Mal gucken, was eins von beiden wird sein. Du gehst da einfach nur hoch, dann machst du diesen scheiß Frontflip und dann rennst du da rein. Und dann scheißt du drauf, was dein Kopf dir sagt. Dann machst du einfach diesen scheiß Backflip. Setz seine Wut um in den Run. Einfach nur tritt die Wand um. Scheiß drauf. Ich bin natürlich wack, wenn sie dann doch nicht mehr hält. Ja, komm. Ich hab hier nicht genug Anlauf. Ich hab hier nicht genug Anlauf. Ich hab hier nicht genug Anlauf. Den kriegen wir noch dazu, dass er das macht. Das wäre so fucking geil. Du springst da einfach nur rein und denk dir einfach die ganze Zeit, okay, ich mach jetzt den scheiß Bounce. Und wenn du in der Rückenlage bist, einfach nur Kopf in den Hand. Das ist so wenig Anlauf. Ich weiß. Aber du hast den Bounce eben schon gemacht. Der Typ, der uns hier gerade so ein bisschen ausgespielt hat, ist jetzt weg. Das heißt, wir können weitermachen. Und Jan hat eine tatsächlich ziemlich geile Idee. Beziehungsweise Jan und ich haben gerade ein bisschen ausgetüftet und das dürfte funktionieren. Und zwar kürzt Jan jetzt quasi Line etwas. Wir kürzen. Jan geht hier hoch, dreht hier und rennt dann hier straight away gegen die Wand. Und damit muss es klappen. Wenn das nicht klappt, dann fall ich vom Glauben ab. Das sag ich euch ganz ehrlich. Also rein da. Drei. Drei. Zwei. Eins. Send it. Es kommt. Ja. 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 Blutige Hände. Ich hab mir dreimal so hart in die Fresse gehauen. Die ganze Seite tut weh. Endlich. Ja. So und jetzt verziehen wir uns von hier. Wo wir uns wieder sehen werden wissen wir noch nicht. Vielleicht catch uns die Polizei unterwegs. In diesem Sinne. Rein in meinen Hut. So, wir sind jetzt hier wieder im Auto, auf der Bahn, irgendwo Richtung Litauen. Der Ort, wo wir jetzt hinfahren, ist Olsztyn oder irgendwie sowas irgendwo in Polen. Da gehen wir nochmal was essen, laden unsere Geräte auf und dann jagen wir zum Schlafplatz. Zum Schlafplatz. Dann jagen wir zum Schlafplatz und mal schauen, wo wir uns dann letztendlich wiedersehen. Tschö. Ja, wir sind jetzt irgendwo in Polen auf einem Feld und werden jetzt hier die Nacht machen. Und wir schlafen in dem Pfefferspray-Zelt, zumindest Jan und ich, weil wir die Pfefferspray-Nummer heute Morgen gebracht haben. Also müssen wir in dem Pfefferspray-Zelt schlafen, wenn jemand anderes in dem Pfefferspray-Zelt schlafen möchte. Bis morgen. Guten Morgen. Haben die Zelte gerade abgebaut, hier haben wir unser wunderschönen Schlaf-Spot. Guckt euch an. Nehmen da nicht beide Eier im Kreis hüpfen, weil wir auch nicht. Wir gehen jetzt von hier weiter. Ich weiß nicht, wo wir uns sehen, ob wir euch mit zu Lidl nehmen oder mit zum nächsten Sport. Eins vorbei noch auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall schnell weg, denn hier wird man von Mücken attackiert, jenseits von Gut und Böse. Also weiter geht's. So, wir sitzen mal wieder hier im Karren, auf dem Weg nach Litauen jetzt. Fahren wir mal in irgendeine Stadt, Kaunas heißer Dinge, und schauen wir mal, was uns da so erwartet. Erstmal in Litauen, sind alle gespannt, fahren in Holger. Oh, wow. So, nach der langen Fahrt sind wir jetzt endlich angekommen, hier in Kaunas. Wir sind hier gerade in einem Parkour-Spot, beziehungsweise Parkour-Park. Der erinnert auf jeden Fall sehr an Russland, also man merkt, dass man im Osten ist. Alles sehr, sehr hoch, alles sehr, sehr wackelig und mit ein paar Löchern versehrt hier. Ist aber Wahnsinn. Ich würde sagen, jetzt gibt's ein Edit, oder? In dem Park hier kann man recht schwer Lines machen, weil der Boden extrem rutschig ist, beziehungsweise aus Sand, weil der Boden natürlich überall schlindern geht, wie auf Schlittschuhbahn. Deswegen habe ich mir hier so eine kleine Challenge rausgesucht. Ich werde es einfach mal probieren, in den Line kriege ich es nicht. Ich hoffe einfach, dass ich den Trick stellen kann. Also, 16 Millionen Versuche mindestens jetzt. Dreck nochmal! Kann Krono! Ich f*** meine Oma, Alter! U*****! U*****! Nein! 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 Der war zu weit nach vorne! Der war zu wild! Ja! Der sah aber eigentlich schon ziemlich gut aus, muss ich dann nochmal sagen. Dann auch richtig sportlich. Der Trick ist doch ganz schön geil. Ich würde den gerne in der Line parken. Deswegen probiere ich mal, ob ich da einen Swingcast pack. Wenn ich das pack, dann habe ich eine Line. Ich würde das machen. Ich würde das machen. Ich würde das machen. Ja! Ja! Das machen wir dann! Geiler Hut, Bruder! Ja! 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 Alter, ich hatte so keinen Grip mehr an der Stange wegen dem Scheiß Sand. Junge, fast Übergang gemacht. Nachdem ich jetzt zweimal weggeslippt bin und nicht richtig landen konnte, haben wir Planänderungen. Ich mache hier den Wallspin und dann Pawnflip, also Hände an die Wand und Bayflip quasi. Das dürfte deutlich geiler aussehen und auch besser klappen, da ich hier nicht so schnell wegrutschen kann. Also rein. Alter. Alter, hab ich weitgesprungen. Boah, Junge, geil, Alter, ey. Ich bin so reingesprungen. Sick. Digga, war echt knapp, aber müsste passen, glaube ich. Guck ich mir jetzt an. Du bist von hier irgendwo reingesprungen. Ich bin so reingesprungen. Sick. Digga, ich war echt knapp, aber müsste passen, glaube ich. Alter, hab ich weitgesprungen. Boah, Junge, geil, Alter, ey. Boah, Junge, geil, Alter, ey. Das nennt ihm einen Spot. Weiter geht's. Alter, was? Alter, damit hab ich jetzt mal gar nicht gerechnet beim zweiten. Alter, ich hab mich so gefreut. Der Safety war, glaube ich, gut und ich war so, ja, 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 ja. Und du hast den Freuden rumgesprungen und hab was vergessen weiterzumachen. Alter, so verkitzend. Darauf erst mal ne dicke Faust, ey. Ach, fuck, ja, okay. Ahh, fuck, ja, okay. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Alter sick. Sick wie Leukemia. One Bang oder was? Nachdem ich Tränen die ganze Zeit gesehen habe, was der weg macht, muss ich auch noch was zum Besten geben. Klassiker. Nachdem Dwen hier gerade eben den lituanischen Parkourpark zerstört hat, geht das jetzt für uns in irgendein Zeltlager. Wir wissen noch nicht wohin. Mal schauen wo der uns hinführt. Und morgen sind wir glaube ich auch noch mal hier in einer Sauna in Litauen. Und dann schauen wir mal. In diesem Sinne 3, 2, 1 bis gleich. Wir sind jetzt an unserem Schlafplatz angekommen und zwar haben wir die Autos hier oben an so einem Feldweg geparkt. Einmal Auto, zweimal Auto und dann zeige ich euch mal wo genau wir jetzt zelten werden. Und zwar geht es hier so ein Stückchen in den Wald rein. Ich muss allerdings nach vorne gucken, weil sonst laufe ich überall gegen gerade. Und wenn du sagst... Nils hat das auch passiert, aber es war nur ein Kilometer weg. Also vielleicht... Was soll ich machen? Ich muss sagen, dass ich zu schlecht bin. Ich bin nicht in Karnis. Ja und hier werden wir jetzt pennen. Das geilste an der ganzen Geschichte ist, dass wir noch so einen See haben. Das heißt, alle die, die recht unmännlich sind, können dann morgen hier waschen gehen. Ordentliche Männer gehen natürlich nicht ins Wasser. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann im Outro gleich wieder. Tschö mit Ö wie Z. Tschö. Du bist so männlich. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Schö wie Karte persu 0000çarine ök abusive thematよε. Tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.